damit herzlich willkommen zum neuen let's play heute gibt es mal wieder ein shooter action baller und zwar das addon zu far cry 3 blatt das ist ja eine anspielung an alle 80er jahre action filmen da draußen und das menu ist aus der spartan ist es kommt ja vor wie so ein alter rechner also gehen wir gleich neue spiel ja medium medium steak nicht so oft aber ich bin ja die profi in sachen shooter das wird keine herausforderung für mich ja vielleicht schon der testosteron husten an space earth in the near future at the end of the 20th century nuclear war has engulfed the planet from the radioactive ashes of north america a new breed of soldier is reborn das ist Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 But all Cyber Commando Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und download intel on enemy operation Full lethal sanction enabled Opposition is Black Sector threat Repeat Black Sector threat Geneva Convention restrictions lifted Lieutenant, just who the hell are we taking down Couldn't tell you, Sergeant Black Sector, that could only mean a handful of outfit All of the bad news, Spider Alert, 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 light our scionette detected Helotron 7-3 is no longer a stealth vector Evasive, evasive, evasive Does that mean what I think it means? Heh, just like that thing in Central America I'm gonna have me some fun Oh yeah, and schon geht's los with action Eine schöne kleine Omas an Predator Mit Arnold Schwarzer Sehr geiler Film Wer Predator nicht kennt, wie kann man Predator nicht Nicht kennen Schande über euch Aber wer mehr über Predator fahren will Ja, der kann bei Citadel gucken Aber jetzt wird man geballert Auf die Gegner So hammergeiler Spiel Best game ever Egal Egal was Was für Anspielung auf die 80er hat Egal was Fernsehen, Musik Die 80er war so geil Okay, ganz gut Egal was Proceedings look all workless I gotta do my shit I'll find the bunker entrance And I'll provide the distraction Let's show them how cyber commandos get it done Mark 4th now, motherfucker Mark 4th now, motherfucker Oh my god, wie geil Oh, wie geil ist das Willkommen Erinnerungen zurück Guck, das Medie Sieht voll aus wie die Cartoon-Serie Mask Wer sich noch daran erinnert Mask Mit diesen Autos, die sie verwandeln Und so Masken runterkommen Press Enter Demonstration Ability Du bist Drücke Enter Damit du zeigen kannst Das Leben kannst Okay Ah, für fuck's sake Jump, if you wish to jump Pressing space and there is in the move in the Z-Axis Arc without touching the ground Ich bin Drücke Space, damit du springen kannst Okay Sieh, Crouch, activate your quadrizebs and challenge your sense of balance Drücke 10, um zu crouchen, das heißt, deine quadrizebs werden dich herausfordern, die Ballons zu halten Okay, dann Okay Slamic Ja, ey Comeati. Tört Petiten Loka, rau Geest to wanderpropfe. Setzen Beide, du Beringes, okay Wollsäß 1,5 S Innen Na, 1 Gucken, um Gucken, Gucken, um wow und wer ist ideal um zu laufen ja super press a shift der gewählte freiwillig folgten denn auch so wie macht es sich für sechs da wird mit primär Muskeln zu aktivieren Reax also wie ihr schon merkt ich spiele es auf englisch ich könnte es ja auf deutsch spielen wollte nicht zuerst erstmals in der Kack Synchro die deutsche aber ihr habt wenigstens deutsche Untertitel und zweitens ich konnte den Entwickler nicht antun sie haben Mr. Michael Biehn wie die Rolle von Rex Power Code gewonnen yeah okay Jürgen von euch vielleicht kennen nicht Michael Biehn ja ich will das noch sagen Michael Biehn spielte Kai Ries im ersten Terminator und Sartzen wiegst wenn wir das Geld Technik ist nicht überrascht in Aliens die Rückkehr Michael Biehn so eine geile Sau der 80er und jetzt schleichen wir es ja da ist der Mieter ja hat der bei Gizio Kolder Sendsen zu beurteilen und super super sei überhaupt wie soll jetzt neig es ja halten Maschine halb Mensch das ganze Spiel ist ja vorhin der Anspielung auf zu mir geht der Robocop die Räder zur euer das sind die 20 die 20 ist der Würfel ausdaten nur es ist ein Wettbewerb ein Krois immer noch selbst können der Fallkeit die letzten drei Wochen also konnte ich nicht so planen wo 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 war es das der Europäer wenn man der Welt die Grafik ist er halt Norbert ja also wie schon gemerkt das Spiel es nimmt all die Elemente von Parkway 3 und tut es in einem sehr geilen 80's echtes 80's Ex-Movie-Szenario Samtugel Teilhörter Karpon nein will ich nicht ja ich will auch töten hör auf diese Tutorials sind zu dir von Kobayas das ist US Objekte ist ja ok Grenade ja kein Problem Pilfering ja kein Problem ja für dich ok Cyberpoints ja das ist halt so für die Fähigkeiten Press Enter the Make this Petronizes streets go away ok das ist mein Geist ja das ist wie schon ich fache Tutorials und dieses ist schrecklich ja das sagt Mike Bean und Wumama und seine dicke Wumme endlich mal parat draußen und jetzt beginnt die ganze Aktion im Far Cry Blood Dragon okay Press to kill a shaka and area and I'm a okay I will it that's take down okay okay that's a big up shop shop for makes life rap Köln die Akkabelle erhebte Loppe Loppe Polito Pelle und die Topel ab und die auf da hat uns einer nicht entdeckt schlechter Typ mit dem einen Überraschung der Schlüssel wie er schon hört das Soundtrick Oman das Haute ist ein Highlight und das Soundtrick war ja kostenlos in der und das tolle ist die Geber stürzt keine Sau und deshalb kann ich hochladen sie wird auch hochladen und in den Infobox die dann den Link oder sofort und mein Channel wenn ich die Wien sollte okay ich ständig hören und leider nicht mehr und sei noch verfolgt hat warum und es keine Action für White 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 der Erwanderbacher Wolfgang hier Wurzlager Wurzlager ach hohoho super, man kann die Gegner sogar beleidigen Spotten, Mann! Hallo, hallo ich bin Cold Power Racks allein der Name Cold Power Racks Hammann und dann noch mein Michael Dean Autsi Autsi Müsst ihr was machen? Missionen? Mir scheißegal, ich balle! Oh, ok neue Waffe Laser! Es gibt nichts besser als Laser! Oh! Danke! Ja, ich hab auch Granaten! Ne, voll keine Granaten! Das Granaten! Das Granaten! Hehehehe Head Charge! No problemo! Was willst du mir? Alien verschissen! Sind nicht überhaupt Aliens oder ich glaub, dass Menschen gehen! Bla bla bla! Hahaha! Geil! Bob Lose 15 das ist echt cool, vor allem wenn in der Nähe ihrer Explosion und bisher Verzerrungen im Bild wie bei den alten VHS Kassel auch er ist ganz ich schwelge Nostalgie aber wo das DG und Verzerrung VHS jetzt gibt es ja den Kurzfilm Kung Fury kann auch gratis auf YouTube gucken aber wer keine Ahnung von Kung Fury ist keine Sorge ich tue den Link auch in der Infobox runter für alle all meine 80s Fans da draußen Action Fans wo ist denn hin? beim ganzen Ballern bin ich hier ganz komplex cooles Detail wenn ich krautze guck mal unten links unten rechts das Symbol wie der Terminator bei der allerersten Szene wo er aus der Zukunft kommt es sind solche kleinen Details das Spiel so hammergeil macht wo das Spiel so hammergeil Bravo also so was so was zu machen das mit dem Hauptspiel gar nix gemeinsam hat ganz andere Story ganz anderes Szenario hammergeil so müssen Addons sein so müssen kurze DLCs sein so müssen Zip Lines sein ist denn da so so Objective complete Yay cutshot Okay, Eliminate all cyberservatoren, how is it going? Hallo Omega. Die große Macht Omega. Ja, kein Problem. Wir dürfen wieder töten. Wir können die Zähne, die Flasche zu verabschieden. Oh, wow. Haha, fixe. Was? Hier. Mhhh. Ach so, siehst du einen. Sorry. Die Schapaten sind nicht mehr. Die Schapaten sind nicht mehr aufgerufen. Wut die Beste? 4 er hat das der andere Waffe meine Waffen alles schon mehr aber hier schluss gar nicht wenn wir nachladen es gibt nichts besser als der zu uns ist er heute schwarzen er auch das ganze herr haus umgelegt also bitte bütter für die ganze Und hier das ganze Level-Design ist hammer! Und die Musik, I love it! Luft-Takedown will ich machen. Ah, ah, halt, halt, halt! Ah, ich brauche mal eine Shotgun! Haha! It's Molotov-Time! Ich hab einen Cocktail für euch alle! Wollt ihr nix? Ist zwar ein bisschen scharf, aber... Whatever! Haha! Yeah, mit meinem Cyberarm! Tja, das war's doch! Ah, 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 ah! Scheiße, ist auch mir geil! Ah, das Soundtrick ist so geil! So voll der Mischung von Startpunk und... Ach, wie hieß... Wie hieß diese deutsche Elektro-Band damals? Kraftwerk! Kraftwerk? Ja! Und die ganzen Dinger? Synthesizer? Elektro? Ach! Ich muss wissen, ich bin ein riesen Fan von 80er-Jahren Filmen von den 80er-Action-Filmen! Ja, wer mein Madsenegger-Special gesehen hat, der weiß schon, wie ich ticke! Hm? Lagenlevel die 80er... Eine Rolle an die 80er-Kann ich jetzt sehen! Oh, AIDS... 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 Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ich hab' ich fahre aufloh... Hilfe! Hilfe! Ah, hier... Da wachst du den Aufspider. Eine riesen Racket. Da wachst du den. 4, 3, 2, 1. Failsafe countermeasures active. Beginning prelaunch diagnostics. Initiating decapitation strike protocols. The Helo's picking up multiple heat signatures converging on you. It's moving into position, Lieutenant. I'll cover you. You better! Objective. Protect Lieutenant Brown while he hacks the mainframe. You might have to hijack the system. This could burn out my main Cortex CPU. Just come back in one piece. I've got a wife and a kid waiting for you. Your ex. If this don't work, you tell them. You tell them I died for my country. Tell her that yourself. You hear me? Right. It goes to this. The series secrets are cool. So a full 8-bit. Super Nintendo, Sega, Mega Drive. Egal what. Just do it. So, where are you? You pisser here. You motherfuckers. I have a wrong weapon, right? Come on, work faster, man. Oh, I'm full of a rampart. Ok, für die Granaten, helfen. Woh! 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 Sicher ist sicher. Oh nein. Oh shit, Helo 7-3, requesting immediate evac. Lieutenant Brown is down. Helo 7-3, inbound. R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R! T-T-T-T-T-T-T-T-Much information! Ah! A-A-A-I corrupt! What? Decapitation strike countdown has begun. Tell me what to do. M-Missile launch autonomous! Unanimous! Get to the control plate! What? R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-O-R-R-R-R-R-R-R-R-R-S. Out of the ignition controls! For the control Suzuki box! Sh-Sh-Sh-Sh-Sh-Sh! Szute the brain cage! Ner-X! X-Sh-Sh! Hud, locate the missile control panel for me. Nooo! P5 by 5. ich werde dich rechnen werde dein tod in den menschlichen wert aber einer habe ich ja mitgenommen Offline, Countdown aborted, Countdown aborted, Countdown aborted. 07-3, on approach. Rex is down. No, Rex. HUD rebooting. Standby. They're back online, Colonel. Thank you, darling. That's Doctor Darling. Doctor Elizabeth Veronica Darling. Hmm. Colonel Sloan, it's us. Sergeant Rex Power Colt. Lieutenant T.T. Brown. Of course. They sent you boys after me. Now that right there, here's the definition of insanity. Darling, you're looking at two genuine mock wars. Top of the line. And that didn't. I know what had happened to your face. The price of power, boys. She's a mean, demanded bitch. She's a wildcat in the sack. Sir, what happened? They said you went off the reservation. It's gotta be a mistake. Ever since the nuke of Canada and the invasion of Australia, the world's been floundering something fierce. We've lost our way, gentlemen. And now the government. Our government. Talks reconciliation. With the red menace. But, I have a means to address the balance. Rex, he's lost it, man. What are your orders regarding being Omega Force, huh? How much does Washington know? I'm sorry, sir. I respect you, but I can't. And you've bought into their goddamn lies. What a pity. Did you download my mainframe into your cortex? Fuck you! Don't jump at it. My force was smart. But way too independent, like. What the fuck? Anyone can be brought in line. We'll be taken offline. Noooo! You are dead. I imprinted you, Mark Fours, with all my combat savvy, right? Tell you what. I'm giving you a shot at the brass ring, boy. Briarpatch. Come in. Sergeant Rex Colt. Wait. Who is this? Dr. Elizabeth Darling. I keyed into your comm when I was examining you. I almost cut you off from Briarpatch. What the hell was that? I'm sending you coordinates to a safe location. And why should I trust you? Because I hate Sloan. Oh. Okay, Doc. What's the plan? Stay low and stay quiet. The blood dragons have poor eyesight and a hunger for humans and cyborgs. What? Hello? Fuck. Scanning cave interior. Exit located. Objective. Escape. Alert. You have no equipment and are completely defenseless. Avoid all contact with cyber soldiers. Okay. Wir haben Soldaten und noch Drachen. What the fuck? Woher kommen die Drachen? Und Spider. Hörte so einen Kollegen umgelegt. Oh. Er hat ihn gebained. So ne Scheiße. Aber. Das ist schon mal ein Intro, oder Leute? Jawoll. Deshalb mache ich hier ein Poistian für diese Folge. Hammer geiler Spiel. Ich kann's kaum erwarten weiter zu machen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Blood Trigger. Haha.